großvater greift ein nachdem sie über das ganze nachgedacht hatte würde sie großvater anrufen großvater hatte bestimmt eine idee er hatte ja nicht so viel zu tun wie andere da hatte er bestimmt zeit auf ideen zu kommen sie musste über alles was passiert war nachdenken es war schließlich nicht ganz leicht zu verstehen das krokodil war von papas pulli abgehauen und hatte sie in den keks gebissen und sie hatte ein bisschen angst gehabt das krokodil das sie in jener nacht gebissen hatte war viel größer gewesen als das auf papas pullover daran erinnerte sie sich deutlich es war anscheinend so dass krokodile nachts wuchsen und morgens waren sie wieder klein das kleine biest war nachts frei sie überlegte eine weile ob sie papa wieder wecken sollte um es ihm zu erklären doch dann würde er nur krummeln und muffelig sein stattdessen ging sie zum kühlschrank um nachzusehen ob würstchen da waren und es waren welche da es war sonntag und sie ging zu papas pulli um nachzuschauen ob das krokodil noch da war aber es war nicht mehr da auf dem pulli war kein krokodil das krokodil war frei und die stelle auf ihrem po war noch da es tat nicht sehr weh aber sie sah im spiegel nach und war sich fast sicher dass man abdrücke der zähne sehen konnte das war der beweis dass sie das ganze nicht geträumt hatte sie ging hinunter in die küche nach einer weile kam ihre kleine schwester moa die treppe herunter und sagte moa warm müßchen mam am inner du sollst keine kindersprache reden sagte mina streng außerdem soll man so früh am morgen keine warmen würstchen essen im wohnzimmerfenster saß die katze sie nannten sie possi weil mama gehofft hatte dass sie eine nette und possierliche katze würde aber possi war manchmal ein bisschen vergrätzt wenn sie ihr fressen nicht rechtzeitig bekam dann war sie ganz und gar nicht possierlich sondern sagte jetzt gehe sie raus und fange vogeljunge wenn sie keine leberpastete bekomme dann gab mina ihr leberpastete und possi wurde wieder possierlich mina unterhielt sich oft mit possi wenn sie alleine war aber nur dann denn nur dann antwortete possi ihr possi sagte nie versucht doch zu verstehen possi sagte mina heute nacht ist ein krokodil hinter mir her gewesen und sie hat mich gebissen kann ich was dafür sagte possi mürrisch aber ich habe angst dass sie heute nacht wiederkommt sagte mina woher weißt du eigentlich dass es ein krokodil mädchen ist sagte possi sie wirkte so sauer und ärgerlich und krokodil jungens sind nicht so das hat papa gesagt der weiß ja nicht wovon er redet sagte possi übrigens ein bisschen leberpastete wäre jetzt gar nicht so schlecht du wirst fett sagte mina du sollst keine leberpastete essen aber da wurde possi super sauer und ging in die küche um nachzusehen ob es etwas anderes gab es war niemand da mit dem man hätte reden können was sollte mina tun sie hatte eine cousine die sie manchmal anrief sie hieß iya und ihre telefonnummer konnte mina auswendig iya wohnte in bählinge mina hatte beschlossen als erstes großvater anzurufen aber er nahm nicht ab er ging sicher gerade mit mischa spazieren das war sein hund also rief sie iya an aber ihas papa maz kam ans telefon und seine stimme hörte sich ärgerlich und sauer an weißt du wie viel uhr es ist mina sagte er es ist acht uhr und ich bin furchtbar furchtbar müde und muss schlafen musst du so früh anrufen warum bist du denn müde sagte mina ich bin kein bisschen müde obwohl ich heute nacht von einem krokodil gebissen worden bin liebes sagte onkel maz liebste beste mina versuch mal zu verstehen ich bin vollkommen fertig und abgearbeitet und mein schatz es ist sonntag kannst du nicht aber du bist nicht von einem krokodil gebissen worden liebes versuch doch zu verstehen ich habe mir die wade gezerrt und soll heute golf spielen musst du doch mal verstehen ich brauche schlaf und musst du ich habe angst dass das krokodil wiederkommt sagte mina kannst du nicht stattdessen mit iya sprechen aber nicht jetzt beste mina ich bin so furchtbar müde und kaputt und liebes ruf beim nächsten mal nicht wieder so früh an wie früh soll ich denn beim nächsten mal anrufen gar nicht sagte onkel maz und legte den hörer auf mina setzte sich hin und überlegte es schien hoffnungslos mama und papa schliefen und moa spielte ein computerspiel sie war erst vier aber im computerspielen war sie top posse hatte die speisekammertür einen spalt weit aufbekommen doch den kühlschrank schaffte sie nicht deshalb war es mina egal aber mit wem konnte sie reden sie brauchte doch hilfe in dieser stunde der not sie wartete eine stunde so lange wie großvater brauchte um am morgen mit mischa rauszugehen und rief wieder an großvater meldete sich minas großvater war ein hochgewachsener schicker großvater mit weißem haar der immer so lieb war und der nicht so viel zu tun hatte denn die meiste zeit saß er da und schrieb er hatte keine richtige arbeit sondern schrieb nur bücher aber er legte nie den hörer auf und seine ratschläge waren echt super obwohl alle anderen erwachsenen fanden dass sie schlecht waren er kannte auch prima witze über kacke und wenn sie beim essen saßen erzählte er manchmal pups geschichten und das war so lustig aber dann wurde minas mama jenny fast jedes mal böse und nahm ihn am arm und schubste ihn in die toilette damit die kinder lernten sich zu benehmen und da musste großvater zur strafe eine stunde lang sitzen wenn großvater auf dem klo eingesperrt war weil er pups geschichten erzählt hatte durfte man nicht mit ihm sprechen aber dann trickste mina mama aus sie schlich nämlich zur klotür und flüsterte durch schlüsselloch damit großvater nicht weinte und nach einer weile hörte großvater auf zu weinen weil es ihn so froh machte dass mina mitleid mit ihm hatte mina sagte dann durch das schlüsselloch ins klo und du 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 denn das musste man sagen wenn jemand traurig war und dann flüsterte er jedes mal eine kurze und lustige kack und pups geschichte durchs schlüsselloch aber einmal kam mama ihnen auf die schliche und wurde super sauer und zog mina an den haaren weg von der tür und großvater musste die ganze nacht auf dem klo sitzen bleiben daran erinnerte sich mina beinahe ganz klar großvater war der cleverste und klügste in der ganzen familie obwohl er keine anständige arbeit hatte sondern nur schrieb aber das begriffen nicht alle außer mina und vielleicht moa aber sie war ja noch so klein und auf jeden fall begriff sie nicht was posse sagte großvater hatte eine hündin die mischa hieß sie war klug und schön und liebte die kinder obwohl sie aussah wie ein wolf und allen zur last fiel außer großvater der als einziger mit ihr ausging und ihr manchmal bei tisch leckerbissen gab obwohl man das nicht durfte sie war in der sibirischen tuntra im fernen russland geboren ihre eltern waren schlittenhunde und mischa war 17 jahre alt in hundejahren bedeutete das dass sie 119 jahre alt war und eigentlich älter als großvater mischa sei groß wie ein wolf und lieb wie ein elefant sagte großvater oft sie wohnte bei großvater und gunila in wachshäum und manchmal besonders wenn großvater zu besuch war und sich daneben benommen hatte und im klo eingeschlossen war legte mina sich auf den fußboden und benutzte mischa als kopfkissen und flüsterte ihr zu wie dumm alle anderen außer großvater waren und mischa selbst das war spaßig aber sie konnte es leider nur machen wenn großvater zu besuch war sonst wohnte großvater bei gunila sie waren verheiratet und gunila war lieb und schloss großvater nie im klo ein sie war großvaters frau aber nicht minas großmutter sowas kann vorkommen wie gunila immer sagte großvater hatte mina einmal gesagt er hätte gunila geheiratet weil sie so ein hübsches heck hätte und als mina das nächste mal zu ihnen kam hatte sie die hecke angeschaut die das grundstück umgab und danach zu gunila gesagt so großartig sei das heck doch gar nicht sie verstehe nicht warum großvater sie ausgerechnet deshalb geheiratet habe aber gunila hatte nichts kapiert und dumm aus der wäsche geguckt und gefragt was für ein heck und mina hatte auf die hecke gezeigt und gesagt dass großvater gunila nur deshalb geheiratet habe habe er gesagt da hatte gunila gesagt großvater sei eine dichter natur und deshalb rede er so viel von der natur zum beispiel von ihrer hecke denn das machten naturliebhaber so gunila war feministin hatte großvater erklärt und das hieß dass großvater selber putzen musste und nie fragen durfte ob er im haushalt mit anfassen könne denn das sollte so selbstverständlich sein dass man nicht extra fragte aber manchmal kapierte gunila schlecht zum beispiel wollte sie nicht dass großvater und sie sich noch einen hund anschafften großvater schlug einen kleinen hund als gesellschaft für mischa vor aber gunila meinte dann würde es noch mehr unordnung bei ihnen geben ausgerechnet an diesem morgen rief mina bei großvater an und erzählte ihm von der sache mit dem krokodil es ist ja nicht zu fassen sagte großvater und deine nichtsnutzigen eltern was tun die nichts sagte mina absolut nichts und onkel mats will nur schlafen was hat er denn gesagt fragte großvater er hat gesagt versucht doch zu verstehen das hat er gesagt und dass man ihn nicht wecken dürfte verrückt sagte großvater du musst doch jemanden finden der dich beschützt aber wen sagte mina dich schließen sie ja nur auf dem klo ein und sie selbst sagen die ganze zeit nur versucht doch mal zu verstehen und wollen schlafen du hast gesagt man soll sich einen wohltäter besorgen wenn man in großer not ist man konnte großvater denken hören dass es nur so knackte die polizei sagte er es gibt hier keine polizisten mehr sagte mina und du hast mischa die dich beschützt aber ich hab nur possi und die ist jetzt sauer auf mich und will mich nicht beschützen du brauchst einen wohltäter hund sagte großvater wenn man von krokodilen angegriffen wird muss man einen wohltäter haben einen kleinen hund in der passenden größe zum beispiel oder so mina grübelte eine weile sie wusste ja wie schwer es für großvater gewesen war mischa behalten zu dürfen die alle lästig fanden obwohl sie 119 jahre und älter als großvater war einen hund sagte großvater den du die ganze zeit als wohltäter bei dir haben kannst ich kann ja nicht bei dir sein wenn ich die falschen dinge sage zum beispiel und pups geschichten erzähle dann werde ich einfach im klo eingeschlossen und wenn dann das krokodil kommt herrgott was kann ich dann tun ich habe angst sagte mina aber du hast recht du musst einen beschützer für mich finden ich habe so ein gefühl was für ein gefühl dass etwas schreckliches vielleicht beinahe bestimmt passieren könnte es sei denn sagte großvater es sei denn man hörte durchs telefon wie großvater so nachdachte dass es auf diese besondere weise knackte weißt du was sagte er morgen fahren gunilla und ich und mischa und ihr und marcus in das haus in wärmland für zwei wochen wenn ihr einfach mitkämmt dann hätten wir zeit um zu planen und vielleicht einen wohltäterhund für dich zu kaufen der dich gegen die krokodile beschützt aber vor allem um einen plan durchzuführen der dir hilft mina schloss die augen und dachte scharf nach mit ihr und marcus nach wärmland fahren und im laderaum würde mischa sitzen und es wäre fantastisch wenn großvater ihr dann einen kleinen wohltäterhund kaufte dann wären es zwei verteidiger nicht nur mischa sondern auch ein neuer kleiner hund den großvater kaufen und mina schenken könnte ohne dass ihre mama und ihr papa etwas davon wüssten einen plan sagte mina eigentlich zwei pläne zuerst investeras bei einem züchter den wohltäterhund holen es soll ein mittelschnauzer sein und erst drei monate alt und dann großvater schwieg und brütete und überlegte hast du wirklich zwei pläne großvater fragte mina mit flüsternder stimme weil sie hörte dass papa und mama sich in der küche zu schaffen machten aber du musst leise reden damit sie dich nicht hören großvater ich weiß sagte er ich habe noch einen anderen plan aber wir müssen darüber schweigen niemand nichts darüber sagen dass wir einen wohltäterhund kaufen nicht mama und nicht papa und nicht onkel maz vielleicht nicht einmal doch vielleicht wir müssen es vielleicht gunilla sagen was ist denn dein zweiter plan sagte mina raus mit der sprache das ist doch nicht jetzt deine dichternatur oder nix da sagte großvater dann raus damit großvater holte tief atem punkt a wir müssen dir einen hund als beschützer besorgen es soll eine hündin sein und sie soll elsa heißen aber das ist nur ein plan auf weite sicht das wichtigste ist punkt b wir müssen uns ins haus nach wärmland begeben um eine expedition zu planen wenn man angst hat dass die krokodile wieder angreifen dann muss man etwas großes tun so dass ein angriff eines krokodils einem wie ein ganz kleiner scheiß vorkommt man muss zum beispiel eine expedition durchführen und dann muss man zusammenhalten alle zusammen und etwas tun um eine große gefahr zu überwinden comprendo manchmal sagte großvater solche komischen wörter aber wenn man nur nickte und so tat als verständemann dann war er beruhigt und machte weiter ich weiß eine expedition sagte großvater hinauf zum drei höhlenberg wer die gemacht hat kann nie mehr angst haben vor nichts ist es gefährlich fragte mina ängstlich nicht wenn man die mannschaft zusammenhält und wenn man die expedition durchgeführt hat kann einen nichts mehr erschrecken gar nichts auch kein krokodil ein krokodil schon gar nicht und expedieren wir ohne mama und papa nur wir und ihr und marcus und moa aber sonst keiner und gunilla ja klar das habe ich doch schon gesagt gunilla soll dabei sein die kann pups geschichten aushalten denn sie ist feministin sie darf mitmachen aber nur im basislager am haus und mischa selbstverständlich macht mischa mit wir müssen eine starke truppe haben schnelle und mutige hunde und kluge und ausdauernde kinder sind das wir das seid ihr und wir werden die expedition zusammen durchführen mina fühlte wie ihr herz schlug und schlug stark großvater sagte sie respekt doch dann gab es da eine sache die großvater nicht erzählt hatte nämlich dass er selbst schon seit langem einen berg besteigen wollte der der drei höhlenberg genannt wurde und der im osten von dem haus in wärmland lag aber allein konnte man das nicht und mischa der schwarzweiße ostsibirische laika großvaters hund wußte etwas das niemand sonst wußte seit sie im juli dort gewesen waren es gab dort tief im wald ein geheimnis oder vielleicht eine gefahr die drohte oben am drei höhlenberg mischa wußte etwas oder vielleicht wollte sie sie warnen mit dem haus im juli die drohte oben am drei